SHOT Show 2023, wir sind hier bei CZ am Stand und wir haben was richtig cooles für euch. Hier in meinem Hosenbein versteckt habe ich die CZ 600 Trail, in diesem Fall in 7,62 x 39, wie ich als alter Kalaschnikow-Fan, das ist das Ding. Wirklich kompakt, Gesamtlänge 72 cm, Mündungsgewinde, wenn ihr eine Dose drauf packen wollt, Picatinny-Rail aus dem Vollen gefräst auf dem System drauf und fortgesetzt im Handguard mit derselben Pattern, also könnt ihr auch was drüber spannen. Am Vorderschaft M-Lock Slots auf 3 und 9 Uhr sowie auch auf 6 Uhr zur Montage von Adaptern oder direkt Zweibein oder ein kleines Stückchen Arca-Rail. Hier, das ist Polymer, der, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, der Lower. Der Pistolengriff hat auswechselbare Griffrücken. Die Bedienelemente sind beidseitig angeordnet, sowohl die Sicherung, so ein bisschen im AR-Style, als auch der Mag-Release. Für mich als Lefty, tolle Sache, kann man hier super lösen. Auf der anderen Seite für die Rechtshänder, für die Normalos unter euch, aber richtig coole Sache. Ein ausschiebbarer Schaft in drei Positionen, für jede Körpergröße und für jede Anschlagshaltung möglich. Die Wangenauflage ist hier mit einer Schraube fixiert, kann auf die andere Seite umgesetzt werden. Auch richtig cooles Gimmick ist hier ein Stückchen Picatinny-Schiene und ein Quick-Release-Sling-Swivel-Adapter für den normalen Kugeldruck-Sling-Swivel. Der Verschluss ist ein Dreiwarzenverschluss, der wirklich schön gleitet und der Abzug ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Der ist schön trocken, hat einen minimalen Vorzug, einen ganz klaren Druckpunkt und bricht. Also für eine Stockgun wirklich toll. Da ist CZ echt einen weiten Weg gegangen. Cool ist auch die CZ 600. In diesem Falle benutzt das Magazin der CZ Bren, also in 7,62x39 des tschechischen Sturmgewehrs, die Versionen in 2,2,3 und man hört was munkeln, ganz, ganz leise in 300 Blackout nimmt AR-Magazine auf. Also da können wir wirklich uns auf was freuen. Das wird ein super cooles und vielseitig einsetzbares Teil. Aber nicht nur die Tactical Fanboy-Schiene wird hier bedient mit der Trail, sondern wir haben hier noch das Modell 600 Alpha in 6mm Creedmoor. Wir haben das Modell 600 Alpha in 6,5mm Creedmoor. Also was für die Jungs, die ein bisschen weiter oder schneller schießen wollen. Dann haben wir, man könnte wahrscheinlich sagen, den Nachfolger der Fox. Das ist die 600 Standard 1 in einem ST1 Luxus in 2,3 Remington und für die Hochwildjagd die Modell 600 ST3 Luxus in 3006. Man sieht hier schöne Holzarbeit eigentlich. Eine schön geschwungene Kappe, eine Fischhaut geschnitten und ein Montagesystem, das proprietär für CZ ist. Die Sicherung ist schön. Die ist hier zum Durchdrücken auf dem Kolbenhals. Eine kleine hölzerne Verschlusskugel. Auch hier läuft der Verschluss einwandfrei. Hat sechs Verschlusswarzen. Beim Modell in 223 habt ihr nur drei Verschlusswarzen, die auch kleiner dimensioniert sind. Auch der Durchmesser des Verschlusses ist ein bisschen kleiner. Aber hier kommt ja auch wesentlich weniger an, als zum Beispiel bei einer 3006. Der Kammerstängel bei den jagdlichen Repetierern ist leicht gebogen und hat, wie gesagt, eine Holzkugel. Während hier bei den, wie soll man es nennen, sportlichen Modellen ein gerader Kammerstängel verbaut ist mit einer Kunststoffkugel. Auch hier bei 65 Creedmoor zum Beispiel haben wir sechs Verschlusswarzen und aber nicht dieses CZ-proprietäre Montagesystem, sondern eine Picatinny-Schiene auf dem System eingefräst. Die ist jetzt nicht in voller Länge, aber man hat hinten zwei Slots und vorne drei Slots. Das sollte für die Montage von Ringen oder vielleicht auch von einer Blockmontage ausreichend sein. Der Lauf hier ist eine ordentliche Wucht, also ich kann es nur abschätzen. Ich denke, der hat 30 Millimeter an der Systemhülse und läuft in einem relativ steilen Winkel nach vorne zu, hat wahrscheinlich 18 Millimeter an der Mündung und ein M15 x 1 Gewinde. Die CZ-Waffen, die wir hier sehen, sind wirklich sehr formschön gearbeitet und haben auch diese tollen Grip-Panels an den Seiten, die Gummienlays und fühlt sich wirklich gut an. Ist schön rutschfest, auch am Hinterschaft, ein Gummieinsatz, dass wenn ich jetzt im Liegen schieße und habe meine Hand zur Unterstützung am Hinterschaft, dann kann ich da nicht wegrutschen. Ist eine wirklich tolle Sache. Wir würden euch ja wirklich noch gerne mehr zeigen, aber der Tag ist kurz. Ihr seht, CZ hat für jeden was zu bieten, Schrotflinten, Pistolen, allen drum und dran. Wirklich für jedermann was geboten. Schaut ein bisschen in unseren Blog rein, da gibt es noch ein paar Details mehr für euch. Für jeden, der interessiert ist, denkt daran, unterstützt auch den VDB wieder. Wir können es wirklich nur empfehlen. Es gibt so schöne, viele Dinge hier zum Entdecken, dass wir wirklich schade, wenn wir das verlieren würden. Des Weiteren wie immer, Like, Abo und Glocke, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns.